Ich, Wolfgang Rademacher, helfe Ihnen auf der www.erfolgsonline.de zu der Einstellung des Niemals aufgeben. Bleiben Sie stark! Bekanntheit steigern, Vorsicht Falle! Ihre Umsatzkurve soll nach oben gehen, da muss vorher auch Ihre Bekanntheit nach oben gehen. Denn ohne Bekanntheit und davon möglichst viel, geht im Internet gar nichts. Egal, ob Sie nur eine ganz normale Webseite haben und die eben nicht nur für die Schublade betreiben wollen oder ob Sie einen Online-Shop betreiben, von dessen Einnahmen existenziell abhängig sind und daher gar nicht genug Kunden bekommen können. Wie auch immer, Sie müssen Ihre Bekanntheit steigern, damit Sie möglichst viele Leads gewinnen. Leads sind im Internetmarketing jede Interessenten, die sich bereits vorab für Ihre Dienstleistungen oder Ihr Produkt interessieren. Und wenn diese Leads erst einmal auf Ihre Internetverkaufspräsenz kommen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Sie bei Ihnen auch Geld in die Kasse lassen. Doch dazu müssen Sie Ihren Webshop erst einmal finden. Und wie klappt das? Natürlich nur, wenn Sie über eine möglichst hohe Bekanntheit, verfügen. Aber so viel Bekanntheit fällt eben nicht vom Himmel. Genau das ist der Markt obskurer Suchmaschinen und Internetmarketing-Magier. Sie merken schon an dieser Sprachwahl. Bei der Auswahl dieser Leute ist Vorsicht angebracht. Denn die überwiegende Zahl dieser Galgenvögel steckt ihre Energie vor allem Dingen darin, ihre eigene Bekanntheit zu steigern. Denn wer bekannt ist, der genießt automatisch viel Zutrauen. Und wer das Vertrauen von vielen Menschen hat, der kann diesen vielen Menschen auch viel leichter etwas verkaufen. Sogar dann, wenn diese Dienstleistungen, dass viele Geld nicht wert sind, das sie für sie verlangen. Das spricht natürlich nicht dagegen, dass Sie Ihre Bekanntheit steigern sollten. Es spricht nur dagegen, dass Sie zu diesem Zweck Spezialisten anheuern. Denn was Ihnen diese Schlitzohren tun, nichts verschweigen. Sie selbst können enorm viel dafür tun, dass Ihre Bekanntheit steigt. Sie können das schaffen, ohne dass Sie sich vorher mühselige Spezialkenntnisse aneignen müssen. Sie müssen nur erfolgserprobten Systemen Schritt für Schritt genau nacheifern. Und schon sind Sie ebenso bekannt wie diese Internetmarketer. Das ist keine Hexerei, das ist System. Und genau dieses System finden Sie in dem fantastischen Ratgeber, bekannt wie ein bunter Hund im Internet. Ich, der Autor dieses Ratgebers, bin selbst seit 1998 als Unternehmer im Internet unterwegs. In dieser Zeit habe ich einen hohen Bekanntheitsgrad erworben, und zwar durch eigene Hände Arbeit. Ich selbst habe zahlreiche Strategien und Methoden herausgefunden und immer und immer wieder erprobt, mit denen ich die Bekanntheitsgrad systematisch und zielstrebig gesteigert habe. Und zwar ohne irgendwelche obskuren Kurse belegen zu müssen. Ohne viel Geld zu investieren. Und ohne am Ende mit leeren Händen dazustehen. Nein, ganz im Gegenteil. Bekannt wie ein bunter Hund im Internet wird Ihre Bekanntheit gewissermaßen durch die Decke schießen lassen. Sie werden staunen, wie einfach es ist, mit ausgesuchten, aber höchst wirkungsvollen Methoden Ihre Webseite eigenhändig zu Googles Liebling und damit auch zu den Favoriten Ihrer Zielgruppe zu machen. Und das ist vielleicht das Erstaunlichste. Das schaffen Sie völlig ohne komplizierte Spezialkenntnisse. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos finden Sie den direkten Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Garma.